Beleidigen Hat beleidigt Ich wollte sie nicht beleidigen. Sei doch nicht immer gleich beleidigt. Bemerken Hat bemerkt Ich habe nicht bemerkt, dass das Fenster offen ist. Sich bemühen Hat bemüht Er hat sich sehr bemüht, etwas Gutes zu kochen. Ich werde mich um einen Termin bemühen. Benötigen Fahrt benötigt Sagen Sie Bescheid, wenn Sie noch etwas benötigen. Beobachten Hat geobachtet Wer hat den Unfall beobachtet? Beraten Hat beraten Unser Personal berät Sie gern, wenn Sie Fragen haben. Berechnen Hat berechnet Die Kosten für die Fahrt müssen erst berechnet werden. Berichten Hat berichtet Alle Zeitungen haben über den Unfall berichtet. Beruhigen Hat beruhigen Hat beruhigt Beruhigen Sie sich bitte Es ist alles in Ordnung. Ich kann Sie beruhigen. Ihrem Sohn ist nichts passiert. Beschädigen Hat beschädigt Bitte machen Sie eine Liste davon, was die Einbrecher beschädigt haben. Beschäftigen Hat beschäftigt Womit haben Sie sich bei Ihrer Arbeit beschäftigt? Seit wann sind Sie bei dieser Firma beschäftigt? Beschließen Hat beschlossen Wir haben beschlossen, uns ein kleineres Auto zu kaufen. Beschreiben Hat beschrieben Kannst du mir den Weg zum Flughafen beschreiben? Sich beschweren Hat sich beschwert Wo können wir uns beschweren? Besetzen Hat besetzt Dieser Platz ist besetzt Ich habe drei Plätze besetzt Ich habe jetzt schon dreimal dort angerufen Es ist immer besetzt Besichtigen Hat besichtigt Im Urlaub haben wir Schloss Schönbrunn besichtigt Besitzen Hat besessen Besitzt Ihre Frau ein eigenes Auto Besorgen Hat besorgt Soll ich die Eintrittskarten besorgen? Besprechen Hat besprochen Wir müssen noch genau besprechen, wann wir losfahren und was wir mitnehmen Bestätigen Hat bestätigt Die Firma hat mir den Termin schriftlich bestätigt Ich kann bestätigen, dass er hier war Bestehen Hat bestanden Das Modul Lesen besteht aus fünf Teilen Ich habe die Prüfung bestanden Bestellen Hat bestellt Wir haben Pizza bestellt Ich bin vor 16 Uhr zum Vorstellungsgespräch bestellt Ich soll Ihnen Grüße von Frau Meier bestellen Bestrafen Hat bestraft Zu schnelles Fahren wird streng bestraft Besuchen Hat besucht Besuchen Sie uns doch mal Sie müssen noch einen Kurs besuchen Sich beteiligen Hat sich beteiligt Wir wollen unserer Lehrerin ein Geschenk kaufen Wer möchte sich beteiligen? Betreuen Hat betreut Wer betreut bei Ihnen die Kinder? Betrügen Hat betrogen Ich würde meine Familie niemals betrügen Die Rechnung stimmt nicht Der Kellner hat mich betrogen Bewegen Hat bewegt Ich kann mich vor Schmerzen kaum noch bewegen Ich kann meinen Finger nicht mehr bewegen Beweisen Hat bewiesen Wir können beweisen, dass Sie bei Rot über die Ampel gefahren sind Sich bewerben Hat sich beworben Ich habe mich um diese Stelle beworben Ich habe mich als Kellner beworben Bezahlen Hat bezahlt Hast du die Rechnung schon bezahlt? Bieten Hat geboten Er hat mir für den alten Wagen noch 800 Euro geboten Die Firma bietet ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, Sprachkurse zu besuchen Bitten Hat gebeten Darf ich Sie bitten, kurz zuzuhören? Bleiben Ist geblieben Ich bleibe heute zu Hause Im Juni und Juli bleibt unser Geschäft samstags geschlossen Bleiben Sie bitte am Apparat Bleiben Sie doch sitzen Blitzen Hat geblitzt Gestern Abend gab es ein Gewitter Es hat furchtbar geblitzt und gedonnert Ihre Augen blitzen vor Freude Blühen Hat geblüht Die Bäume blühen schon Es ist Frühling Bluten Hat geblutet Ich habe mich verletzt Meine Hand blutet Braten Hat gebraten Das Fleisch muss 10 Minuten braten Heute gibt's gebratenen Fisch Brauchen Hat gebraucht Ich brauche ein Auto Brauchst du die Zeitung noch? Meine Großmutter ist krank Sie braucht viel Ruhe Ich habe für die Renovierung eine Woche gebraucht Sie brauchen morgen nicht zu kommen Ich schaffe das alleine Brechen Hat gebrochen Er hat sich beim Skifahren verletzt Sein Bein ist gebrochen Ich habe mir im Urlaub das Bein gebrochen Bremsen Hat gebremst Der Mann ist ganz plötzlich über die Straße gegangen Ich musste stark bremsen Brennen Fahrt gebrannt In diesem Haus hat es letztes Jahr gebrannt Die Kerze brennt noch Mach sie bitte aus In deinem Zimmer hat die ganze Nacht das Licht gebrannt Bringen Hat gebracht Bringen Sie mir bitte ein Glas Tee Ich bringe dich nach Hause Die Abendzeitung hat einen Bericht über den Unfall gebracht Buchen Hat gebucht Ich habe für morgen einen Flug nach Rohn gebucht Buchstabieren Hat buchstabiert Würden Sie Ihren Namen bitte buchstabieren? Danken Hat gedankt Ich danke dir für die Einladung Darstellen Hat dargestellt Er konnte das Problem sehr gut darstellen Dauern Hat gedauert Wie lange dauert die Pause? Eine halbe Stunde Dekorieren Hat dekoriert Hilfst du mir, den Tisch für die Party zu dekorieren? Denken Hat gedacht Ich denke Dass du recht hast Denk bitte daran Die Heizung auszumachen Es ist mir ganz egal Was die Leute von mir denken Wenn du done Was die Leute von mir Ajtern Die Heizung auszumachen snel Ich bin